Gute Leute, so, heute haben wir mal wieder ein kleines Gameplay-Commentary. Ähm, ja, ich hab in dem Game zwar meine zweite Runde heute, glaub ich. Und, ich weiß, man sieht's nicht unbedingt so krass, aber das Game hat gelegt. Ähm, in den Videoaufnahmen fällt es gar nicht wirklich auf, aber du hast es einfach voll gemerkt, beim Input einfach. Du hast irgendwas gedrückt und es hat einfach gedauert, bis es passiert ist. Es ist nicht sofort umgesetzt. Und es war einerseits in Ordnung, weil die ganze Lobby das hatte, nicht nur ich. Aber es ist so schlimm, in Advanced Warfare ist es so schlimm, weil das Spiel ist so schnell, alles geht so schnell. Und wenn du dann nur ein bisschen lagst, bist du eigentlich schon im Arsch. Ich mein, ich hab trotzdem noch ganz gut abgeschnitten, wie gesagt, die ganze Lobby hat halt gelegt. Aber, es war einfach so komisch, es hat sich ja so komisch angefühlt. Ich hasse das. Die müssen, warum? Echt, ey, Call of Duty, warum? Warum bist du das einzige Spiel, Multiplayer-Spiel, was nicht anzeigt, was man für einen Ping hat? Toll. Du hast drei Balken. Die drei Balken sagen gar nichts. Wenn die ganze Lobby einen Ping von 3000 hat, so lange es jeder hat, sind das auch vier Balken bei jedem. Ey, das ist doch kacke. Was soll das denn? Ich mein, so und das, ich rate mal, weil ich hab ja schon ein bisschen Online-PC-Gaming-Erfahrung. Und wenn es so laggt wie jetzt, hab ich alles mögliche, aber unter 100 ist es nicht. Also, 100er Ping ist drin, ne? Es ist sau ätzend. Und ich versteh echt nicht, warum Call of Duty es nicht macht, nur weil es an der Konsole, so ein Konsolen-Port ist oder was, so ein schlechter. Ey, komm, selbst an den Konsolen könntest du das mal bringen. Warum auch nicht? Jetzt wird jetzt wohl nicht so schwer sein, oder? Ich denk mal, ey, ich denk echt nicht, dass es irgendwie wirklich Leistung frisst oder sowas, den Ping anzuzeigen. Meine Güte, so schlimm kann das ja wohl nicht sein. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt die erste Runde, wo ich auch mal wieder, ich hab in den letzten drei Tagen eigentlich nur Faxen gemacht in Call of Duty. Ich hab die ganze Zeit nur mit einem Granatwerfer rumgeschossen und mit Granaten rumgeworfen und so. Mein Waffen-Set war richtig lustig. Einfach, ähm, irgendeine Waffe, die ein Granatwerfer unten dran haben kann. Ähm, dann zwei Granaten, zwei Spittergranaten, ne Armenbrust oder ne Bazooka als Secondary. Und, Dings, ähm, Flag-Jacket, also damit ich kein... Das hat so geleckt, deswegen konnte ich ihn nicht treffen. Ähm, Dings. Ja, jetzt Panzer, also diese Panzerweste da, die vor Explosionen schützt. Ähm, Dingsbums, höhere Explosionsschaden. Und, äh, fest verdrahtet, damit ich von Blend- und EMP-Granaten nicht beeinflusst werde. Und es war einfach saulustig, es hat richtig Laune gemacht. Das Waffen-Set, was ich ja gerade spiele, ist eigentlich so mein Lieblings-Waffen-Set mittlerweile. Das habt ihr ja schon mal ein paar Gameplays gesehen mit dem Waffen-Set, es läuft einfach echt Bombe. Um es aufkönnen, ich kann besser zielen, wenn ich ein Sichtfeld von 65 hab, aber... Das ist kacke, weil dann seh ich so wenig, deswegen spiel ich auf 75. Ich könnt auch auf 90 spielen, aber dann treff ich gar nichts mehr. Das ist halt so der Kompromiss. Und das war da eben lustig, ich hab, ich hab die so ein bisschen outplayed. Ich hab gemerkt, oh fuck, ich treff die nicht. Es wird hier nichts. Dann hab ich gesagt, okay, wartest du, wartest du, okay. Ich warte jetzt erstmal, bis er um die Ecke kommt. Hm, hm, er kommt nicht, okay, dann geh ich hier oben hin und baller ihn halt von hier ab. Da hab ich ihn weggeballert und dann kam so ein Team, er dachte ich mir, scheiße, noch sechs Schuss. Okay, du wechselst zu anderen und rushst rein und zack, da ist er auch down. Also, so, was Taktik anging, war das Gameplay eigentlich ganz cool, hat ganz gut funktioniert. So, die erste Hälfte vom Gameplay habt ihr ja gar nicht gesehen, da hab ich nicht aufgenommen. Ähm, ja, da ist mir erst mittendrin eingefallen, so, hey, du könntest eigentlich auch aufnehmen. Und ja, da bin ich richtig dämlich gestorben. Ich treff keinen Schuss, ey. Das ist genau das, was ich gemeint hab. Also, ihr müsstet ihr ja mittlerweile wissen, dass ich relativ gutes Aim habe. Und das ist einfach so grausam, wenn es laggt. Ich treff nichts mehr, gar nichts mehr, das ist schlimm. Ähm, ja, also, was auch so eine Sache ist, das hört sich jetzt an, als würde ich rumheulen. Die ganze Zeit nur alles auf den Lag schieben, aber man sollte doch wenigstens so ehrlich mit sich selbst sein, dass man Sachen, für die man selber schuld ist, nicht auf den Lag schiebt. Lag ist nicht an allem schuld, natürlich nicht. Aber, ich merke halt einen deutlichen Spieleunterschied und, also, einen deutlichen Unterschied, wie es sich spielen lässt. Und, ja, ist halt einfach kacke, weißt du. Das ist kacke. Weil, das ist ja so typisch, so in Call of Duty, so, Ah, ich bin nicht schlecht, ich hab nur gelaggt, mäh. Ja, so muss man sagen, einerseits, ja, wenn du lagst, spielst du eindeutig schlechter. Da, geiler Triple Kill. Und, ähm, das heißt nicht nur, weil du schlecht spielst, dass du gelaggt hast. Also, man sollte da schon so ein bisschen ehrlich zu sich sein, ne. Ähm, ist ja Quatsch, immer alles aufs Spiel zu schieben. Das ist eh so eine Sache, die, ja, wir Call of Duty-Spieler ganz gerne machen, was ich auch gemacht hab, sehr oft. Ich hab's mir aber überhaupt gewöhnt. Es ist einfach besser. Es lässt sich besser spielen, wenn man nicht alles auf den Lag schiebt oder auf das Spiel. Man wird dadurch auch besser und es hat einfach nur positive Vorteile. Also, jo, ähm, keine Ahnung, schiebt nicht alles auf den Lag. Wenn's laggt, sucht euch einfach eine neue Lobby und heult nicht rum. Hätte ich auch machen sollen, weil das war echt ätzend. Jetzt spiel ich nicht mehr. Ich hab heute irgendwie eine schlechte Internetvermüllung. Keine Ahnung warum. Na gut, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da. Lasst einen Like da. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.